Ich habe das Schild zum Beispiel schon benutzt, aber was bringt mir das jetzt? Ich habe mir keine Heil-Items. Ich habe nur diese Kack-Versorgungskiste, die mich nicht heilt. Yay, toll. Die Kampulation kann nicht gut anfangen. Jetpack und Schussball habe ich einmal neu. Ich habe noch ein wenig mehr, wo ich es drauf habe. Kaktus. Toll, dann muss ich noch 1421 Schaden machen, ohne vorher zu sterben. Hey, jetzt bin ich oben. Geil. Irgendwann hat gar nichts, aber... Das ist ein Hähnchen-Schleuder. Also, Hähnchen-Schleuder. Das war aber... Wie heißt da was? Perfektor, wenn du willst. Marco? Was? Ich weiß nicht Marco. Ja. Ich habe keinen Freund. Das ist jetzt ehrlich, ich bin eine Scheiße. Ja, geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kannst du mir mal ein Pen'n'Paper-Leuten sein. Und weil mir den Pen'n'Paper spielen, bin ich automatisch meine Freunde. Ich habe die Schuss-Wing, wenn ich geändert habe. Ich muss noch 1881 Schaden machen, ohne zu sterben. Ja. Nee. Aber ich bin so weit nach hinten. Ich bin so weit nach hinten. Ich lebe noch. Das bringt mir nix, aber ich lebe noch. Ich habe auch Jetpack. Ich könnte mich ganz nach hinten stellen, aber da trifft er mich zu gut, glaube ich. Uff. Ich habe nichts, dass ich irgendwas brauche. Ich glaube, ich habe einen Bagger. Ich habe einen Bagger, also ich kann die Gube graben. Sims 4 ist kein Sozialersatz. Sims 4 ist, dass wenn man so viel Geld hat. Dann kauft man sich. Ja, danke für diese... Diese Teleportation ist auch komplett scheiße, oder? Was ist das für ein nutzloses Item? Du weißt nie, wo du rauskommst. Das bringt doch so nix. Hier, ich habe einen Bach. Heißt Dirk. Und jetzt stirb. Sims 4. Dann können sie gleich noch echte Menschen suchen. Die sind billiger. Ich habe einen Quadrat. Gucken mal, ich habe einen Quadrat. Was? Da hat es mich getroffen, das Quadrat. Was soll denn der Blödsinn? 2.000. Na geil. Jetzt bin ich wieder alleine hier hinten, ne? Was soll denn der Blödsinn? Max heißt, weißt du? Der Max heißt, soll er sich vielleicht nicht über die Namen anderer lustig machen. Wie als wenn man Carl Heinz heißt, weißt du? Der ist mal nicht in der Position, sich lustig über Namen zu machen. Ich würde wohl auch nicht perfekt treffen. Weil ich nicht was sinnvolles war, ob man es weiterzuspielen. Wenn mich niemand mehr in Asien schützt, wird das schwierig. Das schwarze Loch hat ich nicht ange... Was? Was soll denn der Unsinn noch sein? Das ist ein Punkt. Was? das mag steht unabhängig wie du heißt von maximal behindert jetzt sei ruhig max diese teleportation ist ein nutzloser item weil du nie weißt wo du landest es ist so maximal scheiße ist der wahnsinn so habe ich irgendwas ja gut ja was wechselst du auch die religion hat kein einziges irgendwie so eine nation eine provinz diese region hat und sonst alle anderen haben eine andere und er wechselt die region ich spiele es erstmal wie dann abholen so axeln von das klinge alles platt macht es sei denn wir bauen jetzt noch irgendeine riegel mali lusche und mit dann ist ja draußen das heißt japan und meyer mahit verschwinden schon mal mali lusche und die riegel mali lusche und die riegel Lass es mal Lacker gönnen. Nein, jetzt schleppst du dich aus dem Loch raus, glaubst du? Oh, ja, du weißt du dich. Ja, du weißt du dich. Du weißt du dich. Es geht runter. Okay, du weißt du dich. Du weißt du dich. Nächstes Mal spiele ich vielleicht doch Litauen oder Moskau, ich weiß nicht, mal gucken. Noch ein bisschen mehr. Wobei, das war schon. Na ja, das andere verteilen, ne? Jetzt boah, doch ein bisschen mehr. Blitz, ein bisschen mehr Blitz. Und Ming hat ja auch schon permanente Ansprüche auf mich. Nein, Quing, das ist der Quing. Ja, gut. Wir werden einfach mal aufräumen. Ja, gut. Ja, gut. Na toll. Was war das Letzte, was du mitbekommen hast für dein Drecks-Internet? Hm. Natürlich tötest du mich trotzdem noch. Kann mir sowieso auch nicht ausdenken. Nehmen wir mal Erdbeben. Natürlich gehst du unten. Du hast die Region gewechselt, wo du irgendwie in einer Provinz diese Region hast. Das kann doch schon mal gar nicht funktionieren. Ich habe gesehen da vorne, dass es eh bald Ende ist. Ich meine, gut, ich kann jetzt mal Lacka angreifen, weil die Lust nicht mehr da ist. Weil sich damit ja das erledigt hat, unsere Abmachung. Aber es gibt auch niemanden, der mich vor Quink schützt, weil wir haben schon wieder permanente Ansprüche bei mir. Das kann doch eh bald vorbei sein. Nein! Ach, ein Glück. Was soll mit Bengalen sein? Ach so, die sind auch draußen. Hey, da hast du ja gar kein... Hm, kann das Bündnis ja auflösen. Zeigen wir mal die Schussbahn. Oh, die ist ja richtig gut sogar. Ach, komm schon! Problem ist, es gibt halt auch niemanden mehr, der mich schützt. Also, mein Japan ist draußen. Quink weiß es, glaube ich, noch gar nicht toll. Ja, gut, wenn Quink draußen ist, können wir gleich aufhören, weil... Die machen mir halt einfach klar, die haben permanenten Anspruch auf mich. Ja, die KI wird da wahrscheinlich wenig Gnade zeigen. Ach, der hat das Schild aktiviert. Ich hab's nicht gesehen. Na gut, die kann ich noch schnell schlucken vorher, aber dann ist auch schon wieder Schluss. Ach, das ist so richtig hart verstreut auch noch. Ja, trotzdem. Gut, Quink hat eh gewonnen, ich mein. Wie willst du die noch aufhalten? Okay, ich muss ein bisschen weiter hier. Ich mein, ist doch realistisch. Du brauchst auch nicht mehr irgendwelche Allianzen jetzt noch zu gründen, weil... Das Schluck ist halt alles, was nicht in dieser Allianz ist. Bis halt einfach mächtig genug sind die Allianz selbst zu schlucken, ist das halt. Hätte vielleicht mal sich Gedanken machen wollen. Ob man so gut Spiele in so mächtige Länder gibt. Ach, das ist auch der Kacke. Ich hab mich beschissen für den Waffenwappenstaat. Ich seh schon, ne? Ich hab noch ne Versorgungspiste. Ne, ne? Ne, ne? Ne, ne? Ne, ne? Ne, ne? Bei Maya Pahit kann keine Kriege groß sein, aber Maya Pahit ist als Verbünde dann nutzlos, weil die Kaisler nicht gebacken bekommt, Schifffrackbord durchzuführen, die sie wahrscheinlich mit den Kolonien zugrunde richten wird. Ach, komm. Jetzt kommt der wieder zu mir, was soll denn das? So, hab ich irgendwas Gutes bekommen. Na, mach du mal einen 50 Schaden. So, du hast das Schild nicht in der letzten Runde aktiviert. Hier hast du eine Atombombe. Ja gut, es ist egal, wie du das drehst oder wenn. Ich finde, dass mein Kwing hat gewonnen. Das ist nicht, wie du das noch aufhalten kannst.